Jamie Alexander ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Leben Jamie Alexander wuchs in Grepe Fine, Texas auf. Ihren ersten Auftritt in einem Film hatte sie in Squirrel Trap. Es folgten weitere Rollen in Film- und Fernsehserien wie It's Always Sunny in Philadelphia. Für die Serie Washover Me war sie von 2006 bis 2007 fest engagiert. Sie trat in insgesamt 58 Folgen auf. In anderen Serien wie C.S.I. Miami hatte sie Gastrollen. Für ihre Rolle der Jessie XX in der Serie KXY wurde sie 2008 für den Saturn Award als beste Nebendarstellerin nominiert. Zudem wirkte sie auch in diversen Spielfilmen mit, wie beispielsweise in Love and Air Drugs Nebenwirkung inklusive oder der Marvel Comics Adaption Thor, Filmografie, 2004, Squirrel Trap, 2005. It's Always Sunny in Philadelphia, 2006. The A-A-Side fürchte die Jäger der Hölle, 2006. Stand Off, 2006. Rest Stopp, 2006 zu 2007. Wash Over Me, 2007 zu 2009. Kyle XY, 2007. Evil Ground, Fluch der Vergangenheit, 2008. Hier ließ Revelations, 2009. C.S.I. Miami, 2009. Bones die Knochenjägerin, 2010. Love and Air Drugs Nebenwirkung inklusive, 2010. Ultradome, 2010. Kavate Fairs, 2011. Thor, 2011. Nurse Jackie, 2011. Loose, 2012. Perception, 2013. Intersections, 2013. Savannah, 2013. The Last Stand, 2013. Thor, The Dark Kingdom, 2014 zu 2015. Marvel's Agents of S.H.I.L.D., 2015. The Bringt die Welt am Abgrund, seit 2015. Blindspot. Auszeichnungen, 2008. Nominierung für den Saturn Award als beste Nebendarstellerin in Kyle XY, 2011. Nominierung für den Scream Award als beste Nebendarstellerin und als beste Newcomerin für ihre Rolle in Thor.